Die Pause ist um und der Markt ist in Pause. So sieht es zumindest mal aus. Gemeint ist natürlich erstmal die Pause von gestern. Wir hatten gestern den Tag der Arbeit in Amerika und dementsprechend keine Zahlen, also keine Informationen von dort. Der Markt war zu. Jetzt der DAX, fangen wir mal mit dem an, bevor wir auf die Amerikaner gucken. Naja, er ist tatsächlich nicht so richtig in bullischer Stimmung. Ein bisschen Hoffnung ist noch da, dass wenn es dann jetzt bald dreht, dann könnte es doch noch in Ordnung sein. Aber denkt daran, Bewegungen dieser Art, die irgendwie so in diese Richtung gehen, also sehr, sehr Trendkanal-affin. Ihr seht, dass hier unterwegs sind, da ist der Verdacht groß, dass das die falsche Richtung ist und der Kurs nochmal weiter nach unten geht. Bleiben wir erstmal kurz im kurzfristigen Bild. Wenn ich mir das im 15-Minuten-Chart angucke, naja, dann haben wir zumindest ein bisschen Hoffnung. Warum? Wir hatten hier im 4-Stunden-Chart hier immerhin so ein bisschen so was Umkehrkerzen-mäßiges. Man sieht es hier, da sieht man es hier so ein bisschen. Ganz kleiner Körper, ganz langer Tail auf der Unterseite. Manche bewerten das als eine Umkehrkerze. Tatsächlich durchaus denkbar und die Chance, dass der Kurs jetzt nach oben geht. Wir sehen das hier im 15-Minuten-Chart, dass wir relativ zügig nach oben gegangen sind. Jetzt wäre es natürlich schick, wenn die Abwärtsseite nicht stark ist. Also sprich, nicht stark wäre Korrektiv. Korrektiv ist klassischerweise dreiwellig. Also was natürlich total doof ist, wenn diese Seite zwar stark war, aber die Gegenseite genauso stark antwortet. Deshalb ist jetzt wichtig, ob in den nächsten Minuten, Stunden, irgendwie sowas in der Richtung, sich das als eine Korrektur entpuppt. Korrektur kann auch korrektiv insofern sein, dass die Gegenbewegung, also das Teilstück hier und das, das sind in der Abwärtskorrektur hier die Gegenbewegung, wenn die überschneidend sind. Das sind alles ganz gute Zeichen dafür. Nee, nee, ist korrektiv. Und dann könnte man der Meinung sein, naja gut, dann ist doch die eher starke Richtung die Aufwärtsseite. Und dann wäre das ein möglicher Trigger für die Long-Seite. Also ganz die Hoffnung aufgeben muss man vielleicht noch nicht. Diese Chance besteht tatsächlich noch, dass der Kurs da auf dem Weg nach oben ist. Das ist ein bisschen analog dazu, was wir beim amerikanischen Markt gleich angucken. Naja, auch diese insgesamtige Abwärtsbewegung sieht ja eigentlich entweder mehrwellig aus mit Überschneidung. Wer jetzt aber sagt, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, das ist doch hier viel größer. Naja, dann hättet ihr halt so eine Bewegung und die wäre dann wieder dreiwellig mit möglichen Trigger hier. Namentlich wäre das, was ich hier jetzt eingezeichnet habe, noch nicht wirklich zu benennen, weil das hängt ja noch davon ab, wie dieses fehlende Teilstück wäre. Vielleicht mal so gucken beim Future 15.840 rum. Also das ist mal nur so eine Idee, so ein Angebot. Das wissen wir nicht, wo die genauen hohen Tiefpunkte liegen. Aber jetzt wisst ihr, ob was ihr selber gucken könnt heute Nachmittag, falls das noch so passiert, wäre das zumindest mal ein Zeichen. Wenn der Markt jetzt heute Nachmittag allerdings sowas baut, vielleicht noch tiefer geht, wie auch immer, und das hier aussieht sowas und anschließend korrektiv nach oben. Also spielt keine Rolle, ob das ein bisschen quasi jetzt bald schon passiert oder noch ein bisschen später. Aber diese Korrektivbewegung nach oben dann macht stark runter, wackelig nach unten. Entschuldigung, nach oben. Dann wäre der Bruch nach unten dann eben eine Fortsetzung. Und dann sind wir ruckzuck in der Geschichte, dass sich das Ganze auch nochmal tatsächlich auf die Tiefs von Mitte August, Oktober wollte ich gerade sagen, Mitte August nochmal bis runterzieht. Also 15.500 beim Future, beim DAX, gucken wir uns das gleich nochmal an. Das besagte Zwischenhoch, was ich hier meinte, ich weiß nicht, ob das so ein toller Trigger ist, aber immerhin, es wäre was dreiwelliges und damit wäre zumindest mal eine Chance für die Longseite. Ich würde mich eher darauf freuen, wenn wir sowas hier im Kleinen kriegen, also das, was wir hier eben im 15-Minuten-Chart eingezeichnet haben. Also wenn es jetzt so irgendwie aussähe, wäre ich ehrlich gesagt glücklicher mit dem Einstieg als den da oben. Denn dann ist schnell wieder der Verdacht, ja natürlich geht das hoch, aber dann endet das da wieder in der Höhe der Trendkante. Weiß ich nicht, das gibt kein so tolles Chance-Risiko-Verhältnis. Und deshalb finde ich den Trigger hier vom Hoch vom 4. September oder wann das war, bei ungefähr 15.980, roundabout hier gerundet, finde ich das noch gar nicht so sexy. Wie sieht es beim DAX-Index aus? Das müssen wir jetzt nicht nochmal alles breittreten. Nach wie vor die Marken, die wir hier genannt haben, das haben wir jetzt so häufig gesagt, ich blende es nochmal einmal groß ein. Also wenn es nicht dieses bullische Bild wird, dann eben nächste Erwartung, Haltung 15.400 beim Index, fände ich ehrlich gesagt nicht so schlecht. Dafür mal darauf achten, ob wir wackelige Aufwärtsbewegungen bekommen, das geht natürlich beim Index auch. Also irgendwie sowas in diese Richtung wäre eher verleitend für die Abwärtsseite. Zugegebenerweise ist das allerdings auch nicht richtig impulsiv. Ehrlich gesagt, natürlich genauso wie beim Future eben, hat so ein bisschen was dreiwelliges. Also so richtig überzeugt bin ich noch nicht, aber eben von beiden Seiten nicht. Das Ganze sieht hier sehr, sehr korrektiv aus, hat jetzt so halbwegs hier die Unterseite, naja, wenigstens mal angegriffen. Naja, also macht was ihr wollt. Ich finde eher die bullische Seite noch nicht so richtig gut. Also hier im ganz Kleinen, okay, also wenn er das macht, super, also dann ist das für mich auf jeden Fall longtauglich. Aber nicht fürs große Bild geeignet, da würde ich durchaus mir noch vorstellen können, dass es da noch tiefer geht. Fände ich jetzt auch kein Drama. Also als Überlegung dazu. Gucken wir auf den amerikanischen Markt. Der amerikanische Markt, der hat einen Rücksetzer ein bisschen noch fortgesetzt. Das passt uns ja eigentlich ganz gut. Das ist noch die Skizze, die ich, ich glaube, gestern gezeichnet hatte mit euch. Die beiden Szenarien, die ich mir vorstellen kann. Ich mache nochmal alles weg, ganz kurz. Nach diesem recht starken Anstieg. War das ein toller Anstieg? Boah, also ich sage mal so, auf einen groben Blick hier im 4-Stunden-Chart würde man wahrscheinlich sagen, naja, das ist hier, dann hatten wir hier eine Pause, zack, dann hatten wir hier wohl eine Pause und nochmal zack. Da würde man wohl sagen, wenig Überschneidung, das ist ein Fünfweller nach oben. Das hat durchaus die Qualität eines Bullenmarktes, zumindest mal vorläufig. Das ist so die ganz große Hoffnung. Rücksetzer, klassischerweise, wenn ihr nicht wisst, wie tief der geht, orientierungsmäßig. Bitte nicht davon ausgehen, dass es immer exakt so ist. Aber orientierungsmäßig ist eigentlich die Kiste. Und das müsste korrektiv aussehen. Gucken wir uns das mal an. Dann ist das hier, malen wir doch mal nach. Wenn wir keine Ahnung haben, nachmalen ist immer gut. So, und wenn ich mir jetzt das mal angucke, erinnert ihr euch noch, wie eine starke Bewegung aussieht? Entweder so oder von mir aus auch mit Pausen, aber möglichst keine Überschneidung. Je weniger Überschneidung, desto besser ändert euch hier der Anstieg. Das war ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich kann es nochmal zeichnen, sogar noch ein bisschen detaillierter. Hier war eine Pause, kleine Pause, kleine Pause, große Pause. Und das, ihr seht, das ist diese Fünffälligkeit, von der immer alle reden. Das wäre doch hier für die Aufwärtsrichtung im Moment ganz gut. Und das sieht aktuell sehr, sehr korrektiv aus. Wir können mal gucken, wo ist das tief? Wir haben jetzt hier so einen Dreifachboden. Ist das eine Chance, dass der Kurs jetzt nach oben geht? Ja, wobei ich sagen muss, dieses Verhaltensmuster. Manch einer wird sagen, Mensch Rüdiger, egal wie du das jetzt taufst, ist das nicht irgendwie so was dreieckig ist, eine Wimpelformation. Yep. Wir Elliot Freaks, wir sagen dazu, das ist ein Contracting Triangle. Die Chance dafür steht zumindest mal gut ein, sich zusammenziehendes Dreieck sozusagen. Das Blöde ist nur, diese Formation steht klassischerweise, ist das die letzte Korrektur vor dem letzten Anstieg. Das heißt, wenn das hier ein Anstieg war und das dieses Dreiecksding da sein soll, dann kommt noch mal ein Anstieg und dann war es das. Und dann ist die Aufwärtsbewegung vorläufig vorbei und naja, gut, wollen wir noch nicht zu sehr in die Zukunft blicken. Aber zumindest mal klassisch sind diese Wimpelformationen oder eigentlich Contracting Triangles eher etwas, was als hinterste Korrektur, naja, ist jetzt die erste in diesem, also die erste dieser Größe in diesem Anstieg, naja, kann ja genau das Ding in der Mitte sein. Also dafür besteht eine gewisse Chance. So, aber gibt es noch irgendwelche Anhaltspunkte, wo der Markt drehen kann? Wie kann man da drauf kommen? Naja, manch einer wird jetzt sagen, Mensch, du hast doch gesagt, die blaue Kiste, da sind wir doch jetzt. Da haben wir jetzt auch mehrfachen Boden hier aus der Geschichte. Manch einer sagt, guck mal, da haben wir doch auch noch eine Unterstützung. Also wenn er hier nicht dreht, ja, tatsächlich ist das nicht so doof gedacht zu sagen, dort, wo viele Unterstützungsmarken sind, ist eine realistische Chance, dass der Kurs dreht. Es ist ein Angebot an die Marktteilnehmer. Ob die da zugreifen, das weiß ich nicht. Das ist jetzt meine Aufgabe, daneben zu stehen am Wühltisch und zu gucken, machen sie jetzt oder machen sie nicht. Aber an der Stelle ist das, wo man da mal hingucken kann. An sich mag ich lieber, wenn das so ein bisschen symmetrischer ist. So, wie müsste das dann vielleicht aussehen? Dann könnte man mal gucken, dieses erste Teilstück von da nach da und dann hier nochmal anlegen auf das letzte hoch. Das würde ziemlich genau, man sieht es jetzt kaum, aber ihr seht, die Linie ist gerade dicker geworden, spult notfalls nochmal zurück. Da liegen jetzt zwei Marken, nämlich die 50er Retracement-Marke Fibonacci und die 1 zu 1 Projektion dieser Bewegung da hinten nochmal. Können auch nochmal eine Extension hinmalen. Machen wir von diesem Tiefpunkt da bis da und dann sehen wir, das ist ja witzig, da liegen jetzt drei Marken. Das heißt, hier hat der Kurs eine realistische Chance zu drehen. Mehrfache Tiefs, die 38er Fibonacci, nochmal ein Zwischenhoch, manch einer sagt der da, wobei ich sagen muss, das ist jetzt glaube ich keine Zusatzinformation, die wir da haben. Ich zoome nochmal raus, manch einer würde vielleicht sogar noch sagen, guck mal da auch noch. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen, guck mal die alle zählen da auch noch mit rein. Aber meine Güte, ist nicht kritisch von mir aus. Also dann haben wir da die Zone, wo der Kurs eine Chance hat zu drehen. Wenn die Marktteilnehmer das nutzen, alles safe, dann bin ich ziemlich guter Hoffnung, dass der Kurs nach oben geht. Gucken uns gleich an, wie kann man das denn erkennen? Naja, wie kann man den erstmal verschieben? Machen wir es so. Also das wäre dann die Erwartungshaltung. Das, was wir vorne hatten, da hinten nochmal. Wir müssen gleich gucken, sehen wir denn schon einen Dreh oder noch nicht. Die nächste sinnvolle Chance sehe ich hier unten. Und das ist Fibonacci, 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 also muss nicht ganz so eng gefasst sein, diese Box. Das kann ein bisschen drunter, aber ein bisschen drüber. Aber dass wir so ein bisschen das verortet haben, das liegt in etwa beim Future 34.620, würde ich jetzt mal sagen. Das kann durchaus 40 sein, 640 bis runter. Für mich ist es auch 590, aber irgendwie sowas da in dieser Größenordnung. Sehe ich die nächste realistische Chance, dass hier Marktteilnehmer sagen, ja komm, wir müssen das stecken. Jetzt drehen wir so langsam, aber sicher mal. Das wären die beiden Punkte, wo ich bewusst drauf gucke, ob der Markt dreht. So, dann gucken wir doch mal. Dreht der Markt, wir sind doch gerade da. Dreht der Markt jetzt schon aktuell? Und jetzt gucken wir uns das mal an im 15-Minuten-Chart. Also ihr seht, das ist dieses komische Abwärtsmuster, das wir da haben. Jetzt zoomen wir mal ran. Wenn, dann müsste es ja hier 5-wellig oder 1-wellig nach oben gegangen sein. Und sehr korrektiv runter. Boah, nee, das sieht noch sehr steil aus. Also im Moment würde ich mal sagen, nee, da ist noch nicht angebissen worden. Also obwohl wir hier für die Marktteilnehmer X, also nicht wir jetzt, das klingt so, haben wir da gemacht. Nein, obwohl die Marktteilnehmer hier eine Grenzerei von Unterstützung hatten im 4-Stunden-Chart, im Moment sieht man noch nicht, dass die sagen, finden wir super, da müssen wir jetzt sofort zugreifen. Ich sehe es aktuell nicht. Also ich sehe noch keine Begeisterung. Sollte der Kurs im Umfeld der von mir eben gezeigten Marke so etwas bauen? Ja, dann ist das sowohl ein sowieso bullisches Zeichen, warum? Weil stark hoch, korrektiv runter, plus, dass das Ganze an einer durchaus relevanten Stelle ist. Das zeigt, dass die Marktteilnehmer anfangen anzubeißen. Und dann wäre das die Idee, nicht nur vielleicht hier so diesen kleinen Long mitzunehmen, sondern vielleicht sogar noch laufen zu lassen. Denn, wir haben ja gesagt, nee, nee, wenn, dann reden wir hier vom großen Bild. Das heißt, im Kleinen was sehen, im Großen weiter handeln, klingt dann aus meiner Sicht plausibel. Noch finde ich das nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber findet ihr, dass hier die Begeisterung in den Gesichtern steht? Denkt immer dran, lasst euch die starke Seite zeigen. Aber ganz wichtig, lasst euch auch die Gegenseite zeigen. Ist die nämlich stark runter, ist es nicht gut. Wir wollen sehen, dass die Gegenseite aufgibt, also nur noch schwach unterwegs ist. Dreiwellig, mehrfach überschneiden, sowas in der Richtung. Das haben wir hier im Moment nicht und deshalb bin ich da noch ein bisschen voreingenommen. Ich glaube, wir kriegen vielleicht echte Chancen nochmal so um die 600er Marke hier das anzusteuern am Future. Also das Mittelstück. Wenn ihr es gar nicht findet, ist es ziemlich genau die 50% Marke. Da haben wir mehrere Linien, wenn euch das Zeichnen schwerfällt. Je nachdem, welche Software ihr habt, nehmt ihr den tiefsten und den höchsten Punkt. Die Mitte dazwischen, da hat sich das nächste Konglomerat da angesiedelt. Wie sieht es beim S&P aus? Beim S&P sieht es durchaus einigermaßen ähnlich aus, was die Erwartungshaltung hier angeht. Nur, dass wir da noch nicht mal richtig angefangen haben runter zu gehen. Also da ist noch ein gutes Stück Platz, wo wir ihn gerne hin hätten. Mal gucken. Manche eine wird vielleicht die Hoffnung haben, kann er nicht da schon drehen. Ja, meine Güte. Also da machen wir halt hier die Zone hin. Aber nicht, aus meiner Sicht, nicht blindlings hier reinkaufen und sagen, kann ja gar nicht anders, sondern lasst euch das zeigen, dass die Marktteilnehmer hier wirklich Bock haben. Das ist ganz wichtig. Die anderen sollen zuerst loslegen. Und dann sagen wir, wenn ihr macht, dann machen wir da mit. Ansonsten ein bisschen tiefer nochmal gehen wäre auch möglich, aber wenn wir ein bisschen Glück haben, fängt er da oben eben schon an zu drehen. Das ist die Oberseite. Ihr könnt euch da orientieren am 24. August hoch. Das ist eigentlich ein sehr auffälliger Punkt. Da geht das los. Ansonsten zeichnet Fibonacci zumindest mal von dieser letzten dynamischen Aufwärtsbewegung. Manch einer wird vielleicht Fibonacci von hier zeichnen wollen, von dem tiefsten Punkt hier bis zu dem höchsten. Ich muss dazu sagen, Fibonacci-Freunde werden wahrscheinlich von hier unten nach da oben zählen. Aber ihr seht, das ist jetzt auch nicht ein Riesendrama, ein Unterschied. Da macht er halt die Boxen klein ein bisschen größer. Der Unterschied ist, Fibonacci-Freunde, die werden sagen, tiefster Punkt ist da, höchster Punkt ist da. Die Art und Weise, was passiert ist, interessiert mich nicht. Elliot-Freunde sagen sich, naja gut, aber das ist ein Dreiweller. Ja, das heißt, da interessiert mich ja jetzt nicht die Gesamtstrecke, sondern immer nur von dem letzten Impulsteil oder möglichen Impulsteil, ob er dann da dreht. Da kann man sich jetzt die Köpfe einschlagen. Wahrscheinlich sind beide Marken nicht so unwichtig, weil die Fibonacci-Trader sagen, ich wusste gar nicht, das ist Elliot, habe ich noch nie gehört. Und die Elliot-Trader, gut, die kennen Fibonacci, aber die sagen, das ist ein bisschen ungenau. Also wir machen lieber die andere Marken. Im Zweifelsfall geht davon aus, dass ein Teil der Marktteilnehmer das so macht, ein Teil der Marktteilnehmer so, weshalb auch häufig solche Unterstützungs- oder Drehpunkte nicht millimetergenau sind, weil es ein wenig davon abhängt, nach welcher Methode man da jetzt eben entsprechend drauf guckt. Also so richtig Begeisterung für die bullische Seite sehe ich noch nicht. Ich würde sogar davon ausgehen, kommen lasse ihr noch ein bisschen fallen für den heutigen Nachmittag. Und das ist relativ ähnlich beim Nasdaq, also insofern auch hier die realistische Chance, dass der noch in seiner Pause eben ist, die Zeichnung. Naja, können wir auch noch schnell einzeichnen, tiefster Punkt, höchster Punkt hier. Da haben wir ungefähr bei 15.313 die 38er-Marke. Wir haben das zwischenhoch allerdings gerade schon erreicht. Aber ihr erinnert euch, ein klassischer Rücksetzer geht hier rein. Das heißt, das ist zwar ein Rücksetzer, aber er ist sehr, sehr klein. Immerhin mit einer Unterstützung, immerhin dreiwellig. Und wer jetzt super mutig ist oder super engagiert ist, der kann natürlich sagen, komm, dann nehmen wir doch das zwischenhoch hier vom vierten, also sprich von gestern, und versuchen hier schon mal ein bisschen aggressiv long zu gehen, in der hoffnungsvollen Erwartung, dass dieser Anstieg nach dieser Pause schon vorbei ist. Das ist möglich. Aber immer daran denken, solange wir noch nicht diese Box haben, erreicht haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nach oben jetzt durchstartet, kleiner als die Wahrscheinlichkeit, dass er früher oder später doch noch mal in diese Kiste reinfällt. Das muss man eben mitkalkulieren, ob man so, ah, mach ich trotzdem schon, ich will es nicht verpassen, oder ob man so, ah, dann lieber nicht, dann warte ich lieber noch, bis er das richtig vollzieht. Also ihr seht, so ein bisschen undurchsichtiges Bild, wenn ich die 15-Minuten-Chart oder auch im 5-Minuten-Chart hier gucke, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das, was wir hier nach oben sehen, das zeugt noch davon, dass man noch nicht so richtig weiß, wo das Ei hin soll. Aber solange man beim Eierlegen noch nicht genau weiß, was tun, muss man ja seine eigenen nicht ins Spiel bringen. Also das ist vielleicht noch nicht die beste Situation, um von einem richtig bullischen Markt auszugehen. Für mich zumindest mal nicht. Wie gesagt, diese Marke, das Zwischenhoch, was ich eben angesprochen habe, wäre ein möglicher Trigger. Vielleicht würde ich mich noch hinreißen lassen, wenn wir nach diesem Gefuddel hier, zack, hoch, nochmal eine Pause und das. Dann hätten wir ja wieder einen Fünffäller. Damit könnte ich dann unter Umständen wieder leben. Kann man sagen, hast ja verpasst. Naja, nicht unbedingt, denn dann kommt ja die nächste Korrektur und dann kann ich dann ja noch einsteigen und habe dann wieder nochmal eine Bestätigung, dass diese Richtung die richtige ist. Also so richtig perfekt scheint das Ganze noch nicht zu sein. Aber ich hoffe, dass ihr mit den Varianten ein bisschen was anfangen könnt. Achtet da drauf, welche dieser Varianten er spielt. Und wenn ihr dann seht, okay, es ist die wackelige Seite nach unten, dann ist es die bullische Seite oder eben umgekehrt. Da kann man häufig was draus machen. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.